Willkommen bei der Logopädie Martin Welker. Unsere Praxis in Rohr-Laberberg bietet Ihnen und Ihren Kindern logopädische Behandlungen an. Wir sind spezialisiert auf Sprach- und Sprechstörungen sowie Stimm- und Schluckstörungen. Für uns ist eine logopädische Behandlung Vertrauenssache. Deshalb gehen wir auf jeden unserer Patienten individuell und intensiv ein. Darüber hinaus kümmern wir uns um Patienten, die nach einem Schlaganfall Sprachprobleme haben. Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.